Ich bin der Lars und wir schauen uns jetzt für eins und eins weiter das BlackBerry Classic an. Ich hatte es ja in dem ersten Eindruck und im Design es schon gesagt. BlackBerry möchte damit so ein bisschen die Lücke schließen zwischen diesem früheren Messenger, Smartphone oder überhaupt Handy und eben den modernen Smartphones. Und deswegen hat man sich auf etwas einfallen lassen. Allerdings ist jetzt nicht das komplett nur auf Touch gesetzt, wie man es bei anderen Geräten gemacht hat, sondern man versucht irgendwo diesen Mittelweg zu finden zwischen diesem Messenger und eben dem Smartphone. Und das sieht man dann ganz deutlich. Wir haben hier ein 3,5 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 720 x 720 Pixeln. Das ist auch relativ groß eigentlich. Es ist vielleicht ein bisschen untypisch für Smartphones, dass es quadratisch ist, aber das ist jetzt nichts Schlimmes. Darunter haben wir dann diese Gerätstastatur und dazwischen diese Bedienelemente. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann gibt es gar nicht so viel, was man sich wirklich umgewöhnen muss, wenn man so andere Smartphones kennt, sondern man muss einfach nur so ein paar Punkte wissen. Wenn ich jetzt erstmal das Ganze entsperre, dann muss ich von unten nach oben swipen. Dann ist das Ganze hier jetzt entsperrt. Und hier bin ich jetzt quasi auf dem Homescreen. Das ist so ein kleines Haus-Symbol. Und wenn ich jetzt nach links scrolle, dann bin ich im Blackberry Hub. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Und wenn ich nach rechts scrolle, dann bin ich quasi im App-Draw, also da, wo alle Apps zu finden sind. Das seht ihr hier. Da haben wir alle klassischen Apps. Und wenn ich da jetzt weiter durchgehe, dann haben wir alle Apps durch. Und dann kann ich hier noch auf die Kamera switchen. Dann sind wir in der Kamera-Anwendung. Da sage ich gleich auch noch ein paar Worte zu. Und wenn ich das Ganze wieder schließen möchte, dann wische ich einfach von unten nach oben. Seht ihr es hier. Dann wird das quasi im Homescreen, wenn ich wieder zurück bin, angepinnt. Und wird da weiterhin als laufend angezeigt. Ich kann jetzt wieder zurück in die ganzen Apps gehen. Und wenn ich dann wieder auf den Homescreen gehe, kann ich wieder zurück in die Kamera wechseln. Das heißt, die laufenden Programme werden da eigentlich, ja, zwischengeparkt. Und wenn ich das dann wieder da hinpinne, dann wird es gestoppt. Und ich habe hier wieder das ganz normale Smartphone. Und wenn ich dann in irgendeiner Anwendung drin bin, zum Beispiel wieder in der Kamera und von oben nach unten swipe, dann bin ich in den Einstellungen. Dann kann ich hier reingehen und hier zum Beispiel die Auflösung verändern und so weiter und so fort. Aber dazu später noch mehr. Und das sind eigentlich die beiden wichtigen Gesten, die man hier kennen muss. Eben von unten nach oben zum Schließen und von oben nach unten für die Einstellung. Und das war's. Ich kann natürlich auch das Ganze so machen, wie ich es von früheren Blackberry-Geräten gewöhnt bin. Nämlich alles hier über diesen Nippel. Ihr kennt das, diesen kleinen Touch-Key oder Track-Key oder wie auch immer man ihn nennen möchte, mit dem man da navigieren kann. Und dann kann ich hier durch die ganzen Apps einmal durchnavigieren, hin und her, wie man es denn auch kennt. Ich muss sagen, es ist ein bisschen komisch. Allerdings kennt man es ja auch von aktuellen Laptop-Hybriden. Man hat eben ein Touch-Display und man hat eben auch noch ein Trackpad. Weil wenn man gerade hier unten dran tippen ist, dann möchte man nicht erst wieder umswitchen. Man ändert ja auch die Handhaltung. Das ist immer ein bisschen mehr, weil man eher dazu tendiert, das mit dem Zeigefinger zu machen. Und dann ist es halt praktischer, wenn man einfach dann hier mit dem Daumen weiter was machen kann, weiter tippt, dann wieder mit dem Daumen was macht. Das ist gerade in so den Nachrichten-Apps ganz praktisch. Ich tippe hier jetzt irgendwas und wenn ich dann hier jetzt eine Textnachricht tippe und dann vielleicht noch irgendwas machen möchte, dann kann ich dann einfach mit dem Trackpad irgendwo hingehen und muss nicht dann mit dem Finger einmal das Ganze umswitchen und dann irgendwo draufdrücken, sondern kann das Ganze dann über diesen Bedien-Key machen. Finde ich eigentlich ganz gelungen. Und insofern ist es auch logisch, dass das hier eben nicht touch-enabled ist. Weil immer wenn ich dann switchen würde, wäre die Gefahr relativ groß, dass ich von dieser Querztastatur eben hier drauf kommen würde und dann diese Tasten bedienen würde versehentlich. Insofern muss man diese tatsächlich drücken. Naja, oder ich gehe eben hier rein, so, und dann schreibe ich. Zum Beispiel könnte ich jetzt schreiben, das ist ein Test und verschreibe mich natürlich. Es ist halt ein bisschen Ungewöhnung, wenn man aktuelle Swipe-Tastaturen oder so kennt. Wenn man sich aber eigentlich dann mal daran gewöhnt hat, wieder auf diese Blackberry-Style-Kerztastatur zu schreiben, dann ist das eine richtig coole Sache und dann kann man da auch relativ schnell schreiben. Es ist eigentlich eine coole Sache, vor allem, weil man ohne hinzugucken schreiben kann. Ihr seht es aber, ich brauche noch ein bisschen Gewöhnung und es ist einfach noch ein bisschen anders, als man es von einem klassischen Smartphone gewöhnt ist. Aber wer Blackberry gewöhnt ist, der wird diese Tastatur wirklich lieben. Und wenn ich da jetzt wieder rausgehen möchte, einfach von unten nach oben switchen und dann bin ich wieder im Homescreen. Wo wir gerade schon bei Textnachrichten sind, da ist natürlich der Blackberry Hub eigentlich eines der größten Alleinstellungsmerkmale. Wer es gewohnt ist, der möchte das eigentlich nicht mehr vermissen. Der Blackberry Hub verbündet eigentlich alles, was man so an Nachrichten auf dem Smartphone kriegen kann, in einer großen Plattform. Ich habe hier jetzt nicht viele drin, aber wer wirklich viele Nachrichten bekommt, hat dann alles in einer Übersicht. Das ist eine Sache, die macht wirklich Sinn und die macht wirklich Spaß. Und wenn man die einmal gewöhnt ist, dann wird man das am meisten vermissen. So, aber ansonsten, naja, hat man halt die klassische Software und da muss ich sagen, ist es eben nicht ein klassisches Smartphone, weil am klassischen Smartphone habe ich zigtausend Apps. Die habe ich hier jetzt inzwischen auch. Allerdings ist es eher so eine Notlösung, weil ich habe in der Blackberry World meine ganzen Business-Apps, also viele so klassische Business-Anwendungen, die seht ihr hier. Damit kann man auf jeden Fall viel in Sachen Business machen, aber inzwischen sind auch viele Spiele drin zu finden. Und was man sich eben auch gedacht hat, um mehr Apps zu bekommen, ist der Amazon App Store. Aus dem kann man sich, naja, es sind im Endeffekt Android-Apps runterladen und die sind, finde ich, nicht so optimiert. Da fehlt es häufig so ein bisschen, das ist nicht alles so flüssig. Es gibt so ein paar Spiele, die funktionieren gut, aber so richtig, naja, viele und schöne Apps gibt es meiner Meinung nach nicht wirklich für den Blackberry Classic. Allerdings wird man sich dieses Gerät auch nicht holen, wenn man jetzt die ganze durchzocken will. Da sind dann klassische Smartphones sicherlich ein bisschen eher angebracht. Aber in Sachen Apps, muss ich sagen, ist es nicht ganz optimal. Ansonsten, die Software ist in meinen Augen gut. Wenn man so ein Smartphone gewöhnt ist, hat man hier die allermeisten Sachen, die man braucht. Und man kann eben bei den Apps sich auch noch ein paar Sachen mit reinholen. Finde ich eine ganz praktische Sache. Auch in der Kamera hat man inzwischen nachgelegt, na, wenn man da jetzt reingeht, dann seht ihr, ich habe hier jetzt einmal die Kamera, aber ich habe hier eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel HDR zu machen, das sind mehrere Aufnahmen übereinanderlegen, um eine optimale Belichtung zu kriegen. Oder ich kann auch schnelle Bilder machen, ich kann Serienbilder machen oder Panoramabilder. Wichtig allerdings bei der Kamera, die ist vom Haus aus erstmal auf 1 zu 1 eingestellt. Das heißt, quadratische Bilder. Das ist super für Instagram, aber wenn ihr es auf anderen Geräten als den Blackberry Classic angucken wollt, dann kriegt ihr ein Problem. Insofern würde ich empfehlen, macht es lieber 16 zu 9 und schneidet es dann in das Verhältnis, was ihr auf dem Blackberry Classic haben wollt. Das sieht zwar so immer komisch aus, weil ihr hier die Balken habt, aber es ist irgendwie kompaktibler für andere Geräte. Blackberry 10.3 ist ein Betriebssystem, was immer noch nicht so ganz mit Android oder iOS mithalten kann. Allerdings finde ich es für den Business-Alltag eine richtig gute Sache. Und wenn man sich wirklich so ein Smartphone für den Business-Alltag holen will, dann kann man es auf jeden Fall empfehlen. Ich hoffe, das Video zum Blackberry Classic hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen nachzuhalten habt, abtäumt in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!